Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, ich hoffe euch geht's gut, mir geht's jedenfalls gut und einen wunderschönen guten Abend, wir haben jetzt glaube ich gleich 2 Uhr, ich weiß es schon gar nicht richtig und ich spiele jetzt tatsächlich so, ja so krank bin ich, WIC und ihr könnt es hier sehen, wir waren bei 2 Uhr morgens, jetzt sind wir bei 3 Uhr morgens und in dem letzten Video habe ich das ja nicht geschafft und ich war wirklich 2. Tage daran beschäftigt, das zu schaffen, weil ich habe das einfach nicht gecheckt und das war wirklich krank schwer und jetzt wird es halt nochmal tanken schwieriger bei 3 Uhr morgens. Also, los geht's und kacken wir uns wieder in die Hose, ich bin der Typ, der seine Angst aufnimmt. Ich dachte, die Kinder wären meine Freunde. Sicher, ich wusste ihn, also was? Wir haben uns seit Juni, als er eine Webseite zugebracht hat und hat gebraucht über die reale Leben. Scheiße. Okay, los geht's. Ist hier kein Zettel? Merkwürdig, warum ist hier kein Zettel? Oh, geht schon gut los. Habt ihr gehört? Ist kein Zettel. Au. Nee, diesmal nicht. Aber ich hab gesehen, als ich das Spiel nämlich kurz, äh, da halt alleine kurz gespielt hab, um da weiterzukommen. Ah! Boah, ich glaub, die Nacht wird so schlimm. Ähm, hab ich gesehen, dass da, glaub ich, auf einen Zettel stand. Keep moving. Also, glaub, ja doch keep moving und wir müssen uns halt die ganze Zeit bewegen. Das heißt, nix Gutes, meine Freunde. Das heißt, nix Gutes. Baum. Scheißbelagen. Oh! 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 Hä, was ist das? Wer weint da? Okay, das war, das war gruselig. Ma! Ich bräuchte eine neue Kerze, das ist schön. Uah! Fuck, fuck, fuck. Oh, Mann. Ich will nicht irgendwie wieder ein Video hochladen, wo ich wieder verkacke. Das ist doch scheiße. Und ich weiß, was damit scheiße heißt, dass ich verkacken werde. Warum hab ich jetzt auf Stop gemacht? Ich bin einfach ein Idiot. Boah. Meine Kopfhörer sind ja auch nicht leise, so ist das ja nicht. Ich will nicht zum Camp, ich will zur Kerze. Kumpelkerze. Kumpelkerze war, glaube ich, wie habe ich die da? Kumpelkerze habe ich, glaube ich, immer die von Spookiest House of Jumpscares genannt. Die Kerze, die sich immer mit uns bewegt hat. Kumpelkerze. Oh, gleich kommt bestimmt wieder der Hobby-Tarzan. Sag ich ja. Lange hat ich mal gesehen. Schön, dann kann ich auch wieder zumachen. Oh, ein Brunnen. Das ist schön. Ein Brunnen. Kann man da reingucken? Ne, ne? Schade. Alter, der Brunnen kommt mir so seltsam irgendwie vor. Weil da steht der ja nicht einfach so aus irks und Tollerei oder wie das heißt. Das habe ich noch nie gesagt. So, erste Hälfte haben wir geschafft. Was? Was? Wir haben die erste Hälfte geschafft. Ne Sekunde später. Puff. Scheiße. So, jetzt geht's weiter. Ja. Scheiße. Meine Freunde. Lass mich bitte hier raus. Ich brauche eine Kerze. Na gut, die ist schon wieder weg. Scheiße. Sehr scheiße. Ich um mein Holz. Ich um mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Ich finde einfach keine Kerze mehr. Und ich habe so Angst, wirklich. So Leute, ab morgen geht's weiter. Nein, geht's nicht. Ich habe gerade etwas überlegt. Weil sonst wird's auch... Dann wird's auch nicht langweilig. Weil ich will nicht, dass es langweilig wird. Weil ich finde das ein geiles Spiel. Morgen geht's los mit Left Alone. Und dann, wenn ich Left Alone fertig habe, geht's dann weiter mit Wick. Und dann vielleicht Emily Wants to Play. Vielleicht ändert sich das auch nochmal. Aber, ähm... Ja, dann wird Wick auch nicht für mich. Und auch nicht für die Zuschauer langweilig. Und, äh... Dann geht's morgen halt los mit... Ach, mein Gott. Mit... Wie heißt das Spiel denn jetzt nochmal? Left Alone. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wenn ihr es euch schaut. Haut rein und macht was raus. Und tschüss. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend.